Buongiorno meine Klein-Macaronis zu einer neuen Folge von Super... Nicht Super. Von Mario und Luigi. Paper Jam. Buasas! Knister, knisper, hoi hoi. Wir müssen ein paar Paper Toads retten mit Paper Mario zusammen. An die Dreifachknöpfchenbelegung muss ich mich echt erstmal gewöhnen. Das ist gar nicht mal so easy. Ah, okay. Das hätte ich mir vielleicht klemmen sollen. Aber egal. Habe ich halt verkackt, ne? So, wollen wir mal kurz gucken. Ich habe nur noch zwei Kopieren, soll das glaube ich heißen. Okay. Wollen wir erstmal den Papierparakupa auf den Boden der Tatsachen zurück. Okay, wir haben wirklich nur noch zwei. Okay, da muss ich aufpassen. Dem erstmal eins reindrücken und töten. Sehr schön. Dann hoffen wir den mal kaputt. Yay. Hat nicht ganz gereicht, aber für exzellent. Aber es hat wenigstens gekillt. So. Wollen wir ihn mal ordentlich eins reindrücken. Hihi. Das war knapp. Jetzt mach ich dich fertig. Yeah, exzellent. Und wir kriegen noch eine Nuss. Ah, ist das schön. Yay. Erfolgreich umgelümmelt und zerknüllt und in den Abfalleimer geworfen. Da ist übrigens noch ein Toad. Auf der Map. Da sind mehrere Toads auf der Map. Ah. Irgendwie cool. Okay. Kann man sonst nichts machen. Alles klar. Hi, du. Aber es ist gut, dass du mich gefunden hast, Mario. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber jetzt, wo ihr da seid, bringt ihr mich doch sicherlich zurück in Sicherheit, oder? Natürlich. Komm nur mit, meine kleine Schissbuchse. Mit, Mann. Okay, einfach nur. Ah, alles klar. Ist schon irgendwie geil. Mit allen erstmal springen. Ob wir irgendwann auch noch X-Belicht haben. Ich weiß es nicht. Da krepieren erstmal die... Schon mal die Ersten. Yay. Was für Penner. Das ist doch... Was für ein Mobbinghaufen. Yay. Exzellente. Ich sollte mich mal wieder kopieren. Komm, wir machen den erstmal fertig. Okay, wir haben ihn fertig gemacht. Sehr erfolgreich sogar. Toll. Yay. Toll. Sehr schön. Mann. Also jetzt geht wieder gar nichts. Das ist ja grausam. Außer er. Er geht drauf. So. Ab in den Schredder mit dir. Du hast ja nichts mehr zu melden. Und ich meine nicht den Schredder von den Turtles. Nein. Yay. Barrikade ist weg. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir haben noch ein paar Daoudis. Ah, guck mal. Da ist ein Käfer. Die kenne ich doch irgendwie aus galaktischen Gefilden. Und ob das so eine gute Time ist, weiß ich nicht. Yay. Okay. Machen wir mal den hier. Wuhu. Wieder aufgestockt. Ach. Was für ein dämlicher Sauhund. Hau mal rein. Wuhu. Oh yeah. Ich nehme den oberen. Wuhu. Okay. Bringt der jetzt nicht. Wer weiß wie viel. Ob der runterkippt, wenn der tot ist. Tatsächlich. Cool. Einfach drauf springen. Einfach drauf springen. Yay. Yay. Erfahrungspopel für alle. Da haben wir wieder ein Opferlamm. Oh. Der war jetzt aber schnell. Bin ich gar nicht gewohnt, dass sie so schnell sind. Die kleinen Kacka da. Die kleinen Kacka, du. Item. Flucht kopieren. Haben wir. Okay. Er hat keine Specials. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Machen wir mal den hier. Weil wir es können. Fletch. Yay. Wuhu. Yay. Wuhu. Yay. Striker. Charge. Yes. Da freut es dir der Paper Mario. Oh, ist das toll. Let's go. Super. Egal. Ich drücke sobald alle Kopien ihre Hämmer hoher. Wuhu. Exzellent. Bei dem ist das voll cool. Machen wir. Ah. Sehr schön. Lalalalalala. Yeah. Dreidimensionale Blöcke sind so cool. Leider haben wir bei uns zu Hause so wenig davon. Das hat echt viel Spaß gemacht. Aber ich will mal vernünftig sein und komme mit euch mit. Sehr vernünftig von hier. Ich mag keine Notenblöcke. Hallo. Dauert ab. Und ich renne nur in seinem Panzer. Das ist doch gemein. Oh. Ah. Ach. Juhu. Ich wollte einen gewissen R loslassen. Und gucken, ob wir die Deppen erwischen. Aber ist ja auch egal. Exzellente. Alle erledigt. Los. Du bist als nächstes dran. Nicht ganz, aber ein bisschen haben wir noch. Luigi darf dich finishen. Yeah. So gefällt mir das. Paper Mario ist kurz vorm Level ab. Das ist sehr schön. Auf den Tod gesprungen. Der arme. Der arme Fliegenpilz. Mist. Ich dachte, ich treffe ihn. Aber das sollte nicht sein. Ich möchte doch ganz gerne mal... Ach, die gehen auf alle. Ah, nice. Exzellent. Yeah. Boah, wie geil. Gefällt mir. Pilz. Super Papier Mario. Äh, Paper Mario war ich natürlich. Oh, ganz knapp. Super Paper Mario. Ein leider sehr leichtes Spiel. Von der ganzen Wirbelei war mir schon ganz schlecht. Bleh. Ihr seid gerade noch rechtzeitig aufgetaucht, um Schlimmeres zu verhindern. Nämlich göbeln. Kotzen. Speien. Und so weiter. Wie die ganze Kacke nun mal heißt. Warum wird mir da da ein Toad angezeigt? Warum zeigt man mir da ein Toad an? Kann ich da etwas übersehen, oder? Ich gehe erstmal hier ein bisschen machen. Luki, Luki. Ah, wieder so eine Schissbuchse. Hm, siehst du aus, als wäre dieser Papier-Toad momentan noch eine Nummer zu groß für euch. Was? Vielleicht hat ja einer seiner Kameraden eine Idee, wie man ihn erhaschen kann. Und such doch erst dort weiter, wo ihr bisher noch nicht wart. Boah, ist ja dumm, ey. Okay, ich suche erstmal da weiter, wo ich noch nicht war. Ich gehe mal nach unten. Okay. Mal gucken, können wir hier überhaupt weiter? Keiner Backen, ey. Ist doch voll die Schweinerei. Und warum ist da so ein Toad-Symbol, wenn ich da nichts machen kann? Ich verstehe es nicht. So. Mal gucken. Hm. Wir gehen einfach mal erstmal wieder zurück. Dieses verkackte Toad-Symbol, das nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht. Hä? Irgendwas Offensichtliches verpeile ich doch gerade wieder. Warum darf ich da nicht rüber? Das ist doch... Das ist doch irgendwie... Hä? Ich mag es übrigens nicht, mit dem Schiebepad zu... Mit dem Schiebepad zu spielen, weil ich da nach einer Zeit immer mit dem Daumen runterrutsche. Das ist ein bisschen doof. Ich würde ja mal mit den Knöcken spielen, also mit dem Steuerkreuz. Wollte ich nur mal so anmerken. Okay. Ähm. Müsste ich das jetzt verstehen? Ja, da bin ich. Äh. Äh. Mal. Missionen. Jet other papeltaughts. Poppiotaut,'ll it so... ...um zu speichern. Missions essen. Willst du die Mission jetzt beenden? Und, äh, um sie nicht zu kontrolliert? Nein. I haven't found out yet to work... Okay. Ja, aber... Hä? Hier ist doch niemand. Wieso wird mir da dieser scheiß Giftpilz angezeigt? Ich schnall das gerade echt nicht. Hier komm ich auch nicht weiter. Hä? Ähm, das ist mir jetzt gerade ein bisschen peinlich, aber... Hä, was soll ich denn machen? Ich komm nicht an... Hä? Wie dumm. Aber hier ist doch niemand mehr. Da kann ich nicht hin. Mann, ich wollte nicht. Mann. Geh nochmal da durch. Hier ist doch auch nichts mehr. Und ich kann auch mit dem sonst nichts machen, außer springen. Äh, wie kack ist das denn? Alter! Warte mal kurz. Sammlung. Ich will nicht in die Tipps gucken. Ausrüstung. Rangboni. Okay, ja, ganz toll. Tipps, Kampfwelt, Story, Bonusaufgaben. Was ist da hier? Achso, das war das okay. Aha, aha, aha. Excellent Papiersprung. Ja, ja, ja. Kurzer Überblick. Die bisherigen Geschichte und dein aktuelles Spiel. Das bisher... Äh, 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 jetzt durchführe die Eben. Okay, ja, ganz toll. Das hilft mich alles nicht. Das ist doch irgendwie... Nichtssagend. Ah. Ja, ganz toll. Die Tipps sind unglaublich hilfreich, weil ich nicht weiß, was ich machen kann. Soll vor allem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wieso wird mir dieser scheiß Toad angezeigt? Das kotzt mich an. Es ist bestimmt wieder irgendwas total Billiges, woran ich einfach nicht denke. Ich weiß nicht, was ich mache. Das ist doch scheiße. Alter, ich kotze. Was haben wir hier? Eins der von dir geretteten Papier Toads. Aha. Eins der der Blöcke, gegen die du gesprungen bist. Ah, ja, natürlich. Schön, dass ich... Das ist doch echt scheiße. So, hier. Leichtmodus. Was? Im leichten Modus sind deine Charaktere stärker und du kannst Gegner leicht besiegen, aber kein... Wie kacke ist das denn? Ey. Nein, danke. Toll. Jetzt war da nicht die ganze Folge damit, dass ich nicht weiß, was ich machen muss. Boah, wie kacke. Alter, das kotzt mich an. Was muss ich denn machen? Dieser... Dieser dämliche Toad mit dir angezeigt wird, das regt mich auf. Geh lieber da ein, wo du noch nicht warst. Leck mich. Ich weiß doch gar nicht, wo oder wie oder warum. Allein, weil ich hier nichts machen kann. Was diese scheiß Dinger da anspringen. Der eine Penner haut ja doch in Formelab, weil er dumm ist. Was ist denn Select? Ah, okay, toll. Wenn ich Start drücke, komme ich da auch rein. Wahnsinn. Ich hab keine Ahnung. Das ist doch... Das ist doch scheinbar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch dumm. Ich kriege einen Anfall. Was zur Hölle soll ich machen? Jetzt zeig mir nicht mal diesen... ...verfickten Dreckstoad da an. Ich schnall's nicht. Tut mir leid, aber ich schnall's ums Verrecken nicht. Boah, Alter, kotzt mich das an. Und hier komme ich nicht weiter. Das Shieldpad geht mir auf den Sack. Das Shieldpad ist kacke. Nö, kein Plan. Ich schnall's nicht. Was, was, was? Fick dich, ey. So, wir sind an der Feuerring... Ja, mach hin. Penner. Da muss ich jetzt rein, oder? Oder? Ich mach das später. Leck mich, ey. Ich will wenigstens noch ein bisschen was hier im Part schaffen. Hier hatten wir nichts mehr. Hier haben... Ah, doch, da haben wir noch... Ah, ein Paperblock. Ein Superpilz. Nice. Okay, da kommen wir durch. Okay, cool. Ich geh erstmal da als Papier Mario durch. Als Paper Mario. Yay! Knister, knister, heu, heu. Ein Bonbon. Und mäßig Stiefel. Interessant. Auf sowas muss ich achten, wenn da Evo Risse sind. Wird ja auch an der Karte schön gezeigt. Wo irgendwas sein konnte. Weil da so verlassene Orte sind. Aber egal. Müssen wir drauf achten. Das ist interessant. Gefällt mir. Wenn es jetzt etwas Positives ist in dieser Folge noch. Gehen wir erstmal weiter. Die Toads da kömmlich erstmal kreuzweise. Vielleicht muss ich das auch erst später machen. Könnte ja sein. Yay! In der Luft auf und rüber gesprungen. Aber noch ein bisschen Action in dieser Folge, bevor es vorbei ist. Hm, 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 hm. Ach man, der letzte Sprung wieder. Das ist doof. Ja, okay. Das war wollten sie nicht Anlauf nehmen und dann... Okay. Alles klar, ich hab's verstanden. Yay! Wahoo! Der ist allählich. Bleibt nur noch dieser kleine rote Pumpkäfer über. Yay! Und tschüss. Und ja! Luigi! Lippe da! Ja! Sehr schön. Ah, Punkte. Da freut er sich. Das kleine Grünkäppchen. Haben wir noch ein paar Deppen. Er erwischt. Den Wicht. Oh ja, das ist aber ein volles Haus hier. Äh, 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 äh. Okay. Alles klar. Muss erst mal drauf klarkommen. Ah! So, erst mal den auseinander. Oh! Dann wird er sich selbst auseinander. Ganz toll. Nimm, 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 nimm. Wir machen jetzt mal die Paragrupa kaputt. Und die sind eine... Wow. Das war schlecht. Die sind eine größte Bedrohung als sonst was. Hä? Bin zwar aufwiegend draufgeschoben, aber ist ja auch egal. Ah, der hat zu früh gerückt. Aber egal, er ist weg. Das reicht mir schon. Man muss ja nicht immer einen Bonus abstauben. Yay. Yay. Was ist denn? Was ist denn los? Alter! Das ist eine Katastrophenfolge. Wenigstens der Schluss ist noch gut geworden. Meine Güte. Oh, grausam. Lass es schnell vorbeigehen. Yay. Münzen. Wir müssen eigentlich schon längst reich sein. Und Frischfurz. Mh. Schmeckst du diesen Smell? Ah. Puh. So, erstmal weiter. Zu Luke. Ich will dieses Kack-Mini-Dings hier nicht machen. Das ist scheiße. Ah, guck mal. Da ist wieder jemand. Tipp für Abenteuer. Wenn du eine schräge... Eine schräge Partou nicht... Achso. Partou nicht hinauflaufen kannst. Versuch's mit Sprinten. Probier's doch gleich mal... Ah. In einem strategisch günstigen... Ah. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, wie man sprintet. Ich lass die mal in Ruhe. Und geh mal wieder. Hilfe zu Hilfe. Ah. Jetzt muss ich es komplett neu machen. Boah. Wie assi. Puh. Da hab ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ah, ja komm. Als wäre ich das so ein... Willst du mich verarschen, oder was? Das weiß ich doch. Alter. Man könnte ja wenigstens die Erklärung weglassen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin ja nicht völlig blöd. Nur ein bisschen. Boah. Das ist nervig. Ja, ich hab vergessen mit ihm zu springen. Super. Ich bin super. Komm, die klatschen wir doch eben an die Wand. Oder sie uns. Dann haben wir's. Und dann werde ich nämlich den Part beenden. Das geht mir ein bisschen auf den Geist, wenn ich ehrlich bin. Ja, super. Mann. Das sollte wieder nicht sein. Weißt du was? Wir machen einfach den hier. Hauptsache erledigt. Jetzt sollte jeder Schuss ein Treffer, also ein Kill sein. Siehst du? Ah, nee. Doch nicht. Excellent. Okay, ist doch jeder Schuss ein Kill. Also, sie werden alle gekillt. So. Sirup. Noms, noms, noms. Lecker Sirup. Schlabber, schild mir Schleim. Schlurp. Schlurp. Es gibt kein Entkommen vor dem Trio. Dem Klempner-Trio. Ja, komm. Mach. Ist sich vielleicht zu spät losgelassen. Verdammt. Ich wollte herausfinden, ob ich sie zermalmen kann. So, er ist down. Den machen wir kaputt, bevor er angreifen kann. Exzellente. Und dabei wäre wieder der Daudi, den wir schon mal gerettet haben. Ganz toll. Ich muss die Kacke jetzt schaffen, sonst komme ich hier nicht weiter. Das ist doch grausam. Oh. Das war jetzt auch ein grausamer Sprung. So, mach mal das. Mario. Wahoo. Angeber. So, das haben wir. Also, wenn ich hier nicht weiterkomme, können wir hier auf ewig farmen. Tausend Dank. Ja, 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 ja. Hab dich auch nie. Ah, das Symbol zeigt mir an, dass ich hier noch Toads finden kann. Wie beschissen abgefuckt ist das denn, ey. Der lässt mich einfach in Ruhe. Das ist sehr schön. Freue ich mich. Ah, ja, ja. Bla, bla, bla. Komm her. Den haben wir auch. Yay. Da haben wir wieder den vierten. So. Ihn nochmal kaputt stampfen. Ich test es durch. Und zur Not spule ich die ganze Kacke einfach vor. Okay. Ach so, äh, er zieht nur einmal durch. Alles klar. So. Yes. War klar, dass er abhaut. Aber wir haben den nicht jetzt auf einmal kaputt gehauen. Das ist sehr schön. Da können Maren und Luisch jetzt nämlich den Rest machen. Der war ja schon einmal dran. Yahoo. Huh. Okay, Maren macht den Rest. So, Piper Maren ist kurz vorm Level ab. Das ist sehr schön. Aber was muss ich machen? Ja, ja. Wirbel doch selber ein. Nerfensäge. Und wir den einfach nicht kriegen können. Hm. Sieht so aus, als wäre dieser Papiertot momentan noch eine Nummer zu groß für euch. Vielleicht habt ihr ja einer seiner Kameraden eine Idee, wie man ihn erhaschen kann. Sucht doch erstmal dort weiter, wo ihr bisher noch nicht wart. Ja, und das soll wo sein, du Idiot? Ich war doch schon überall. Überall, wo ich hinkomme. Dämlicher Bastard. Hier ist nichts. Alter, ich kotze. Ihr sitzt gerade schon wieder hier rum. Das ist doch zum Kotzen. Und rüber springen kann ich auch nicht. Das ist doch scheiße, ist das. Mit dem Steuerkreuz kann ich gar nichts machen. Boah, kotzt mich das an, ey. Tipps. Welt. Aha, toll. Oh, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Aha, toll. Wahnsinn. Items. Ja, ja. KP und BP. Ja, ja, natürlich. Ausrüstung. Aha, toll. Wahnsinn. Speichernkarte. Toll. Hm, keine Karte. Wo du findest du? Einmal berühren. Verschiebe die Karte, indem du... Außerdem kannst du auf der Karte auch mit dem CSD-Final. Hier. Undo. Ach, das ist gar nicht ganz toll. Da hab ich ja richtig was von. Weg damit. Aktion-Symbol Sprung. Hammer. Aktion-Symbol wechseln mit... Aha, aha, aha. Okay. Wenn du gleichzeitig... Gelangst du so vorher zur Aktion Sprung. Alles klar. Mit Doppel... Dann... Dann... Ich vermisse die ebenfalls... Ah, ja. Ganz toll. Das ist ja... Wahnsinn. Wünschen... Aha. Hätte ich nicht gedacht. Drücke... Aber wir müssen schwingen. Beim Einsen sind Hammer kreativ und macht dich auf. Angebaus schon... Aha, ja. Ganz toll. Nein! Ah! Ah! Okay. Den will ich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich wollte eigentlich den machen. Wow, hat's ja voll gebracht. Ich bin begeistert. Jetzt weiß ich nämlich nicht... Trotzdem nicht, was ich machen soll. Und wir sind fast eine halbe Stunde mit diesem Scheiß zugange. Boah, ist das ätzend. Und ich kann nichts machen. Leck mich am Arsch. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns hier wieder, wenn wir... Wenn ich weiß, wie es weitergeht. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.